hallo youtube freunde erst mal gute und triple piece ich war wieder einkaufen als erstes haben wir einen salatsnack kann man es gut hinterschaufeln 8 von 10 hinterschaufelpunkte als nächstes noch ein salatsnack kann man gut hinterschaufeln 8 von 10 hinterschaufelpunkte als nächstes bürgursalat kann man gut hinterschaufeln 10 von 10 hinterschaufelpunkte als nächstes schokowoffeln kann man gut hinterschaufeln 10 von 10 hinterschaufelpunkte als nächstes mühlenfrigadien kann man gut hinterschaufeln 10 von 10 hinterschaufelpunkte vielen dank leute lasst uns auch die kommentare unten like und teilen nicht vergessen tschö abonniere